Was ist das für eine Allah? Die diese Bomben zulässt und diese Krieger? Was ist das für eine Allah? Nicht gegen daran gearbeitet. Das kannst du in deinem Heimatland machen. Aber hier bei uns, in Österreich. Herrscht Pünktlichkeit. Ja? Wegen Männer wie dir, ja? Ich habe meine Heimat verlassen. Arschloch! Arschloch! Ich will Hubschrauben auf der Piloten werden. Was habe ich denn Zettel für dich? Und was hast du für mich? Warum machst du das? Ich will Hubschrauben. Was ist das für dich? Was hat mir geschaut?